Beim Patienten zu Hause ist alles anders, aber wie kriegen wir es denn trotzdem hin, Wunden dort fachgerecht zu versorgen? Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Draco-Videoblogs. Ich bin Jenny, ich bin eine der Moderatorinnen in der professionellen Wundversorgung bei Dr. Ausbüttel. In der heutigen Folge soll es um das Thema Wundversorgung zu Hause gehen. In der heutigen Zeit kann es natürlich vorkommen, dass Patienten vielleicht nicht in die Praxis kommen möchten. Vielleicht ist der Pflegedienst auch gar nicht mehr so zuverlässig, weil die auch mit Krankenständen zu kämpfen haben. Für diesen Fall haben wir schon ganz zu Beginn des Lockdowns eine Gebrauchsanweisung geschrieben, damit die Patienten Tipps haben, wie sie ihren Verbandswechsel am einfachsten zu Hause selbst durchführen können. Den Link finden Sie in unserer Infobox. Ja, normalerweise fahren wir zu unseren Patienten auch immer mal nach Hause für Hausbesuche, wenn die Patienten nicht zu uns in die Praxis kommen können. Viele Patienten sind nicht mehr so mobil, dass sie das können. Und die Versorgung beim Patienten zu Hause, die ist doch ja immer noch mal ein bisschen anders, als wir das normalerweise in der Praxis gewohnt sind. In der Praxis haben wir alles da. Wir können zur Not auch noch mal irgendwas aus dem Lager oder aus dem Schrank holen. Beim Patienten geht das nicht. Da müssen wir vorplanen. Wir müssen alles das, was wir hinterher beim Patienten benötigen, von vornherein aus der Praxis mitnehmen, wenn es der Patient nicht schon vorrätig zu Hause hat. Wie zum Beispiel die Wundauflagen, die wir vorher für ihn verordnet hatten. Wir müssen also daran denken, alles, was wir an Materialien für den Verbandswechsel brauchen, steriles Material wie Handschuhe zum Beispiel oder Pinzetten, dass wir die mitbringen. Die hat der Patient in der Regel ja nicht zu Hause. Vielleicht haben Sie bei sich in der Praxis einen kleinen Verbandsrucksack, wo Sie ganz kompakt alles das, was Sie für den Verbandswechsel beim Patienten zu Hause brauchen, zusammengepackt haben. Manchmal kommt man aber auch in solche Situationen, wo man vielleicht nicht alles an Material da hat, was man sonst in der Praxis so nutzen würde. In dem Fall ist es wichtig, die bestmögliche hygienische Situation für den Verbandswechsel zu schaffen. Grundsätzlich wichtig ist erstmal Fenster zu, schauen, dass keine Störung von außen durch Angehörige passiert, also Türen zumachen und Tiere aussperren. Ganz, ganz wichtig, Tiere haben beim Verbandswechsel grundsätzlich nichts zu suchen. Schauen Sie, dass Sie sich für den Verbandswechsel einen Ort suchen, an dem zum einen der Patient bequem sitzen oder liegen kann und dass man aber auch genug Platz hat, wo wir das ganze Material, was wir für den Verband brauchen, auch vorbereiten können. Diese Fläche sollte, wenn vorhanden mit Desinfektionsmitteln wie zum Beispiel Sakrotan durch den Patienten vorher gereinigt werden, sollte das nicht vorhanden sein, dann zumindest mit einem Allzweckreiniger den Tisch vorher gründlich abwischen. Ja, und wenn wir dann die bestmögliche hygienische Situation für uns geschaffen haben, dann ist das Durchführen des Verbands eigentlich genauso wie in der Praxis. Nutzen Sie beim Verbandswechsel die Materialien, die für Sie am einfachsten zu handeln sind, ob Sie lieber mit sterilen Handschuhen arbeiten oder aber mit Pinzetten arbeiten möchten. Das ist so ein bisschen Geschmackssache und was einem mehr liegt. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Beim Verbandswechsel zu Hause beim Patienten gibt es eben ein paar Dinge, die wir beachten müssen. Zum einen Planung ist alles. Wir müssen alles das mitnehmen, was wir hinterher beim Patienten brauchen. Wenn wir beim Patienten sind, Fenster zu, Störungen vermeiden, Tiere raus und eben eine bestmögliche hygienische Umgebung für unseren Verbandswechsel schaffen. Danke, dass Sie auch heute wieder dabei waren. Wir würden uns sehr über Themenvorschläge für die kommenden Videos freuen. Nutzen Sie dafür gerne unsere E-Mail-Adresse unter videoblog.draco.de oder schreiben Sie uns einfach unten in die Kommentarfunktion. Ich hoffe, ich darf Sie auch in einem unserer nächsten Videos wieder begrüßen. Vielen Dank und bis bald! Delft-Persplash Zчто Znels Z dirt-Persplash Z留m Zaudra Z那 Z pas Z Z Z Z Z Z